Oder ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Beim letzten Mal haben wir was haben wir gemacht? Wir haben Rex Goodman aus dem Trinity Tower befreit und dann Piper mitgenommen, eine Story erzählt, damit wir die Quests abschließen. Du hast mich erschreckt. Ähm, ähm, haben wir Piper mitgenommen, weil ich will halt gucken, was wir so einen lieben langen Tag treiben. Da kommt es auch schon hinterher gedackelt. Und jetzt ist die Frage, was machen wir? Äh, ich muss zum Voraussagen, ich werde mich jetzt in dieser Aufnahme, ist ja schon hier und auch, glaube ich, noch in der nächsten, stark darauf konzentrieren, dass wir echt bei einer halben Stunde Schluss machen. Weil ich muss gerade bis, bis nach Neujahr, bis ins nächste Jahr muss ich jetzt quasi vorproduzieren. Also quatschen wir jetzt erstmal hier mit. Hören wir mal ihr hier. Oh, süß. Fresch aus. So, pass mal auf. Warum? Mies. Ist irgendwas zwischen euch? Also ja. Gib Rice einfach ein wenig Zeit. Er wird sicher erkennen, wie wertvoll du für uns bist und zu Sinnen kommen. Bist du bereit, deinen ersten Auftrag anzunehmen? Ja, hau mal raus. Was genau macht ein Gelehrter bei der Bruderschaft? Wir tun alles, was die Piloten und Soldaten brauchen, um ihre Mission durchzuführen. Alle Forschungen, Reparaturen, taktische Planungen, so ziemlich alles. Wir übernehmen die technischen Aufgaben. Ah ja. Ich bin ein Einsatzgelehrter und daher mit den Soldaten unterwegs. Manchmal drücke ich auch gerne selbst den Abzug. Aber keine langweiligen Einzelheiten mehr. Bist du bereit, für den Auftrag auszurücken? Immer wieder sich in den Vordergrund drängen oder was? Mach einen Abgang. Dann noch ein Stück. Husch. Verzieh dich. Ah. Alter. Beschwindel. Das ist bescheuert. Gerade aktualisiert. Begonnen. Quartiermeister. Berge, die jetzt sind haptische Antrieb Technologie aus Wikichipping irgendwann. Piper, bist du am Stüssel? Was mit Bombeleih nochmal hier nachfragen? Ach nee, wir können auch schon. Neuen Commonwealth zu sein ist so aufregend. Hier muss es so viel Technologie geben, die unsere Gelehrten noch nicht kennen. Entschuldigung, Gelehrte Helene. Ich bin so gespannt, womit du zurückkommst. Das Gebiet schien mir vielversprechend. Na gut, dann mach mal das erst mal. Das machen wir ja gerade, ne? Ja. Gut, auf geht's. Halbe Stunde to go. Aha. Genau, das ist ja unsere Hauptaufgabe, Grase. So sieht er also aus, der Chip ist interessant. Habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Äh, Karte. Da hinten. Können natürlich mal gucken, dass der straight da hinlatscht. Dann können wir noch ein bisschen was von der Karte freischalten. Piper ist am Start. Jawohl. Der Dringel. Ich geh mal so lang. Ich versuche mich zu beeilen, da hinzukommen. Natürlich ohne dann was auszulassen. Oh. Ah, komm. Nö, 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 nö. Ja. Ja, komm mal her. Gut. Jawohl. Ich würde gerne mal für den Nahkampf. Nö, nicht, dass das mal vorkommen könnte, aber... Das mal für sieben. Guck mal. Boah, da war... Mega lange Schlagdauer. Was sind's denn denn? Darum? Hallo. Da draußen ist was. Warum gehst du an rein, wenn hier draußen was ist? Na vorn. Oh. Greif einfach zu. Was war's? Ja. Aufs Maul. Noch was? Wenigstens was zu looten hier. Leere Luca Cola. Ups. Dann gehen wir mal nach oben. Irgendwer schießt hier. Hm? Da hinten. Da ist nichts. Koffer mit Schloss. Kann ja nur wichtig sein. Ist alles schlechter als das, was wir eh schon haben. Bist du bescheuert? Bekloppte Olle. Jetzt hab ich Eier mitgenommen. Servus. Bührenplan. Äh. Kampfrüstung. Lass mal nachgucken. Ähm. Impro. Was repetier. Pistole. 74. Ist immer noch alles schlechter. Ich glaube, ich müsste mal ein paar Sachen mitnehmen und die umbauen. Ach, jetzt bist du wieder da. Natürlich. Wenn ich dich nicht mehr brauche, dann bist du plötzlich wieder da. Gut. Äh. 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 Hallo. Äh. 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 Dahin, wo das Knallen herkamen oder Richtung Ziel. Wobei die meisten von euch wahrscheinlich Richtung Ziel bevor zu. Ach, kacke. Ich hätte mit sowas rechnen sollen. Na, guck mal mal. Hm. Na, dann gucken wir mal. Easy. Das wär's. Hm, schicke Haarbürste. Vorkriegsgeld kann man immer zu Stoff verarbeiten. Das ist sehr schön. Oh. Ach so, ach, das ist unser, unser Club. Ist kaputt. Putzmittel. Oh. Moin. Ah, toll. Das Piper ist schon nützlich. Die, äh, kloppt wenigstens noch mit drauf. Ich warte auf den Laser spät, aber ich hab ich die Gule eben gar nicht genutzt, fällt mir gerade ein. Na ja. Kriegsafe. Wir müssen nach da. GNN. Ein Brennt ein. Könntest du bitte die Waffe ausrüsten? Hm? 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 Pro-Snap-Kamera, yey. Wo sind wir denn jetzt? Oh, das ist ja noch ein Stück. Ach, moin. Ernsthaft? Oh, warte mal. Mal ein bisschen nahe kämpfen hier. Hat ein Spielzeug außerirdischer. Da vorne ist auch noch einer. Wo ist er da? Sterben! Ach so. Wie sind die denn noch? Komm doch mal raus. Mach schon extra auf mich aufmerksam. Ach so. Wir stehen wohl noch in akuter Gefahr, aber ich weiß nicht warum. Wo denn noch? Da. Okay. Ne. 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 Bock nehme ich immer gerne mit. So. Auf der Höhe hier? Wo? Was ist denn das da hinten? Da bin ich gerade einfach nur sehr dumm oder sehr... Sehr blind. Zypermedaillon. Hallo? 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 Schlechter als unsere Wummel. Komm schon Blue, ich nehme dir was ab. Jo. Komm mal her. Komm. Hey, wohin? Nicht wohin? Ja. Schau dich um. So. Bitte behalten. Ähm. Hier wäre auch nicht schlecht gewesen. Äh. Hier. Komm mit mir mal rein. Hier haben wir... Oh. Das ist ja noch besser. Gut. Aber das ist ja noch besser. Da ist ein Bajonetter. Mhh. Nimm das mal und... Das müsste auch mal... Nachtsicht... Intro. Nimm das auch mal. Das wollte ich. Die kannst du noch tragen. Die... Die... Und die... Noch was? Hm. Die mehr habe ich nicht. Ah, noch hoffenweise Waffen, aber die brauche ich noch. So, ich geh mal davon aus, dass wir gleich noch mehrere Ghulen begegnet werden. Deshalb... immer die hier nichts spannendes achte cool immer mit na komm ich jetzt mal reinschieße reagiert er darauf offenbar nicht gut sind aber drin ich bringe sich auch noch selbst in den tod halt immer mit und verjagt mich dann weil ich hier irgendwie wieder hochgepackt kommt gut immer immer weiter ja so das nehmen wir noch mit schnell speichern und weiter was zum ich will es nicht wissen das ist das nicht die kaufweger anlagen tatsache müssen nach schräg kann vorbei keine ahnung wieder rum ballert weiter geht's wilde bramins völlig unbeschwerter rennen wir durch die gegend offenbar nichts schrottplatz muss doch irgendwer sein eine maurhofsratte was das abversorgung gerbert brothers hey das sitz ok gleich stift auch tollwütig auch noch und jetzt wieder raus hier bist du gut keine schrott munition mehr das gefällt mir nicht habe ich mich immer so sicher gefühlt macht hat hauptsache du gehst mir um keks warum habe ich die nummer mitgenommen hauptsache direkt so ein ach das fass schön da hat nicht mal vernünftige entsorgung hat haben wir noch da vorne erstmal speichern und dann ja kampfgefähr ist glaube ich eine gute wahl was war das war da was ja ist ja gut mal eben schnell da rein und gucken was da drin ist das schloss sieht stabil aus reicht dann auch schon wieder mal versorgen hilfsmittel oder stimpack ja ist ein annehmbarer schnitt können wir so lassen haben wir noch ja ich weiß dass da red ist ach nee da draußen ist was ist er dann ist noch einer nee wie das war nur der noch noch komme ich hin ist hier sonst noch was termin oder so ach nö da auf mich blut zu nennen oh offensichtlich hat er hier seinen jemanden vergraben ist doch nicht so schön schnell speicher ich mich auch nicht schön dass ich hier so oft mit dem vats versuche einen gegner zu finden aber altes weise sprichwort sagt vorsicht ist besser als nachsicht wo kommen wir denn hier hin auf die brücke von da aus vielleicht na haben wir hier oben noch was mal noch da wo sind wir mittlerweile auf der hälfte gut dann gehen wir jetzt weiter es könnte sein dass die erhöhte hintergrundgeräusche sind weil ich mein fenster offen habe das ist dann immer alles so ein bisschen lauter ich denke man kennt das ne das ist ja kränk hä wo war ich bei denen nicht schau mal ne wir müssen uns doch nicht gleich übertreiben was haben wir denn noch so toll aha ja wir werden mal hier ok natürlich mine legen voll schlauch da ist noch einer so irgendwie irgendwo ist hier noch einer hier kommt haben sie dich ja ganz schön zerschrotet wo ist denn hier komm doch her naja ja ja pifififu mhm mhm bird neuen action nicht gut vermied hier hallo habt ihr überhaupt irgendwas wichtiges und patronen das war's dafür jetzt der ganze stress ist ja furchtbar wie armen die hier sind im ödland in einer welt die bereits untergegangen ist so was haben wir da vorne weil sie nicht weil sie nicht sehen wir gleich eine red hirschkuh und ein raider kamerad film hatte er auf wen hat er geschossen hallo da ja so kann man das dann auch machen warte mal mal vernünftig wo man denn so siehst du gar nicht da drin zwischen den ganzen ganzen dings nachladen und für waren die jetzt medikamente nehmen wir mit wieder vertickeln das soll da sein erstmal speichern so wo soll hier was sein die ist gefährlich da vorne ach das ding mit Mist. 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 So machen wir das. Was ist hier jetzt? Ja. Ja. Crosskisshütte. Okay. Offensichtlich, ne? Ja. Ja. Aus. In die. Einmal Jet. Och nö. Das ist zwar ungeplant. Was für ein Haufen Schrott. Hier unten interessiert sich keiner für uns. Nehmen wir mal mit. Irgendwas mit Fallen bespickt hier. Löscher. Wasser. Pension. Hallo. Hallo. Okay. Ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir nochmal hier weiter rein. Und dann hoffentlich zu unserem Schicksalsziel. Ich bedanke mich wie immer fürs zusehen. Und sag bis zum nächsten Part. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.